BVB Total im Doppelpass mit der Telekom Hallo und herzlich willkommen bei unserem Feiertagsmagazin. Heute bei uns zu Gast Marcel Schmelzer. Und er bildet im Moment mit Matthias Ginder ein bärenstarkes Außenverteidigergespann. Und wie die beiden für Aufsehen gesorgt haben, das schauen wir uns jetzt mal an. Außenbahn frei, wir kommen. Startnummer 28 und 29 auf der Überholspur. Marcel Schmelzer auf dem Weg zu alter Stärke. Matthias Ginter noch nie zuvor auf der Seite gespielt und trotzdem sofort überzeugend. Nur ein Gegentor in drei Spielen, Topwert der Liga und eindeutig auch der Verdienst der beiden Außenverteidiger. Soweit die Pflicht, fehlt noch die Kür. M&M machen ordentlich Alarm in der gegnerischen Hälfte. Die Jungs liefern fleißig Futter für die Angreifer. Zusammen haben die beiden schon vier Vorlagen auf dem Konto. Und wenn mal kein Abnehmer zur Stelle ist, auch kein Problem, dann wird das Ganze eben selbst erledigt. Ja, Schmelle, wir haben uns die Zahlen mal genauer angeschaut. Ihr wart an fünf der elf Tore direkt beteiligt. Was ist der Grund für eure Offensivbauer? Ja, ich denke, dass wir als Mannschaft generell einfach ein bisschen höher stehen. Und wir Außenverteidiger da auch auf der Höhe der Sechser und der Achter schon stehen. Und immer anspielbar sind und auch viel näher beim gegnerischen Strafraum sind. Und dann kommt halt auch die Möglichkeit, da auch unsere Offensivleute mit Pässen zu bedienen. Und es macht auch Spaß, weiter vorne zu spielen? Ja, natürlich. Auch wenn die Kernaufgabe immer noch das Verteidigen ist, macht es natürlich Spaß, auch jetzt noch häufiger sozusagen ins Angriffsspiel mit eingebunden zu werden. Dann wird es ja nicht mehr lange dauern, bis das erste Schmelle-Tor wieder fällt. Davon bin ich überzeugt. Was sind die Gründe deiner Meinung nach dafür, dass es derzeit in der Mannschaft so gut läuft? Ja, ich glaube, dass wir den Schwung aus den Quali-Spielen der Euroleague ganz gut mitgenommen haben. Denn auch hat einen kleinen Vorteil, wie gesagt, dadurch, dass wir schon ein paar Spiele mehr hatten vor dem Bundesliga-Start und dadurch halt schon konzentriert auch im ersten Spiel eine Wahnsinnsleistung abgerufen haben. Und ja, davon zehren wir, glaube ich, auch noch. Den Schwung nehmen wir jetzt mit. Und das war auch ganz wichtig, dass wir ihn noch bis zur Länderspielpause mitgenommen haben. Jetzt konnten wir uns alle irgendwo auf der Welt halt zwei Wochen lang das Ganze auch ein bisschen genießen. Und jetzt geht seit gestern auch wieder schon die harte Arbeit los. Wir wissen jetzt, in Hannover wartet auch schon wieder das nächste schwere Spiel. Von daher wollen wir jetzt am besten natürlich mit drei Punkten noch weitermachen. Das wäre natürlich toll. Drei Spiele in der Bundesliga, drei Siege und dann kam die Länderspielpause. Und was dazwischen so alles bei unserem BVB passiert ist, schauen wir uns jetzt mal an. Rückschlag für Erik Durm. Unsere Nummer 37 musste sich am Mittwoch einer Operation am Knie unterziehen. Damit wird der Rechtsverteidiger dem BVB für weitere sechs Wochen fehlen. Während sich die Mannschaft auf das Spiel gegen Hannover vorbereitet, absolvieren Lukas Piszczek und Marco Reus derzeit nur individuelles Programm. Wann die beiden zurückkehren, steht noch nicht genau fest. Besser sieht es dagegen bei Pierre-Emerick Aubameyang aus. Der Gabuner hat seine Blessuren von der Länderspielreise überwunden und steht am Wochenende zur Verfügung. Auch Johu Park und Adnan Januzaj waren mit ihren Auswahlmannschaften unterwegs, blieben dort allerdings beide ohne Einsatz. Januzaj kam am Dienstag beim Test gegen St. Pauli zu seinen ersten Minuten für die Borussia und konnte direkt mit einem Tor auf sich aufmerksam machen. Ein richtig guter Kicker, der im Offensivbereich quasi die drei Positionen hinter dem Neuner bekleiden kann. Spielt gern aus der Mitte heraus, aber hat jetzt zum Beispiel in St. Pauli von der rechten Seite sehr gut gespielt. Kommt dann immer mit seinem sehr starken liegenden Fuß, kann dann nach innen ziehen, Flanke schlagen oder selbst in den Abschussbereich kommen. Das komplette Interview mit Michael Zorc könnt ihr euch natürlich bei BVB total anschauen. Ja Schmelle, welchen Eindruck hast du von den beiden Neuzugängen, von den letzten beiden Neuzugängen? Es sind ja jetzt auch einige Tage im Training, beziehungsweise Adnan erst zwei Tage. Ja, wie du schon sagst, es sind erst zwei Tage, aber fußballerisch macht es echt Lust auf mehr. Ich glaube, da haben wir zwei gute Jungs geholt. Der Joe, der ist auch ein witziger Kerl. Da ist er, glaube ich, so ein bisschen bekannt auch für. Das scheint so ein Schirm zu sein. Ja, habe ich jetzt auch schon öfter gehört. Also vorher noch nicht, aber jetzt schon öfter. Und ich glaube, wenn er ein bisschen auftaut, dann könnte es noch ganz lustig werden. Genau, und der Adnan ist jetzt auch, wie du schon sagst, seit zwei Tagen da. Und man hat, glaube ich, schon im Testspiel gegen St. Pauli gesehen. Der weiß schon, mit der Kugel umzugehen, ne? Ja, also es ist wirklich top. Und ja, ich hoffe, dass wir ihn schnellstmöglichheit auch bei uns in die Mannschaft mit eingliedern können, dass er sich wohlfühlt und dann auch hier demnächst auch gute Spiele im Stadion absolviert. Was könnt ihr eigentlich machen bei so neuen Spielern, um den Jungs so ein bisschen den Start zu erleichtern? Ja, man kann halt immer nur wieder die Hilfe anbieten, ne? Dass, wenn sie irgendwelche Fragen haben, dass sie sich jederzeit melden können. Und gerade mit der Wohnungssuche, ich glaube, ist schon wichtig, immer die eigene vier Wände dann irgendwann auch zu beziehen und nicht zu lange in dem kleinen Hotelzimmer dann halt aufzusitzen. Also es ist halt, und dann halt, ja, wie gesagt, man bietet die Hilfe an. Wenn sie angenommen wird, dann wird es wahrscheinlich auch einfacher für die Jungs. Letztendlich wollen wir ja alle nur gewinnen. Genau. Ja, am Wochenende geht es gegen Hannover 96. Und das ist Grund genug für uns natürlich, den nächsten Gegner einmal genauer unter die Lupe zu nehmen. Hannover 96 ist mit einem Unentschieden und zwei Niederlagen in die Saison gestartet. Die Elf von Michael Fronzek steht mit nur einem Punkt auf Platz 16. Die Defensive von Hannover ließ in den letzten 21 Spielen immer mindestens ein Gegentor zu. Das ist ligaweit die längste Serie. Der Angriff ist bislang nur ein laues Lüftchen. Einzig Neuzugang Charlison Benshop erzielte ein Tor für die 96er. Übrigens, das Spieltagsangebot habe ich jetzt hier in der Hand. Alle Informationen findet ihr im Netz. Schmelle, kennst du sowas? Hast du sowas auch mal gehabt? Ja, sowas ähnliches habe ich früher mal gehabt. Aber da habe ich mir das noch um den Hals gebunden, damit ich den Schlüssel nicht verliege. Also, wer mit Schmelle in Urlaub will, sollte auf jeden Fall so eine Geldpässe haben. Spaß beiseite. Besondere Prozente nur für euch. Aufgrund der Länderspielpause konntet ihr ja lange Zeit nicht mit der kompletten Mannschaft trainieren. Wie schwierig ist das aus deiner Sicht? Ja, das ist natürlich schwierig. Dafür hatten wir die Chance, ein paar junge Talente im Training zu sehen. Das hat absolut Spaß gemacht. Wirklich Wahnsinn, was wir da für junge Burschen haben. Auch in der U19, die gerade U17 Meister geworden sind. Da sind wirklich starke Spieler dabei. Und es hat Spaß gemacht, mit denen zu trainieren und auch zu spielen. Aber sonst im Großen und Ganzen für die Vorbereitung auf das Hannover-Spiel ist natürlich schwierig. Aber das ist, glaube ich, für viele Mannschaften fast so. Und wir haben halt enorm viele Nationalspiele. Aber trotzdem denke ich, dass wir da in diesen zwei Tagen das noch ganz gut hinkriegen können. Dass wir uns für dieses eine Spiel da noch den Schlagplan auch zusammenstellen können. Und danach werden wir ja auch wieder komplett vollzählig trainieren. Arbeitet ihr jetzt schon gezielt auf das Hannover-Spiel hin? Was hat euch Thomas Tuchel schon über Hannover gesagt? Oder hat er noch nichts gesagt? Bisher haben wir es so gemacht, dass wir uns einen Tag vor dem Spiel ein paar Videos vom jeweiligen Gegner anschauen. Und er dann auch dazu was sagt. Und bislang sind wir damit auch ganz gut gefahren. Ja, macht weiter so, man hat ja nichts verändern. Gibt es das eigentlich, sind die Fußballer immer noch genauso aber, glaube ich, wie zu meiner Zeit? Ja, es gibt schon ein paar, die da ein bisschen mehr aber, glaube ich, sind. Ich habe das eine ganze Zeit lang auch immer so praktiziert, bis Mats mir dann irgendwann mal gesagt hat, ich soll mal einen Gang zurückschalten bei diesen Sachen. Habe ich gesagt, auf deine Verantwortung. Aber es hat leider geklappt. Was hattest du für eine Macke? Ach, das sind so viele, die kann ich gar nicht aufzählen. Ich habe eigentlich fast so den ganzen Tag immer im Hotel fast das Gleiche gemacht. Also immer fast den gleichen Ablauf. Und da durfte auch nichts verändern? Ja, das macht dich irgendwann auch verrückt. Von daher bin ich ihm auch ganz dankbar, dass er da ein bisschen was gesagt hat. Jetzt kannst du aber langsam wieder anfangen. Jetzt habe ich den aber glauben, dass ich alles durcheinander mache. Und es klappt. Ja, der 3-1-Sieg über Hertha BSC war übrigens ein historischer. Wir haben dadurch in der ewigen Tabelle den vierten Platz erklommen. Und wir haben jetzt einmal die Spiele zusammengestellt, die uns immer weiter nach vorne in der Tabelle gebracht haben, seitdem wir einstellig sind. Und wir zeigen euch mal den 0,9. Platz. Das war 1989. Schaut mal. Der nächste Schritt, wieder gegen Uerdingen und wieder heißt es 4-2. Möllers, Rudal und zweimal Rummenigge sorgen dafür, dass Schwarzgeld auf den 0,9. Platz klettert. Das Schönste dabei, seit diesem 20. Mai 1989 steht der BVB in der ewigen Tabelle vor Schalke. Ja, den kompletten Beitrag über die ewige Tabelle könnt ihr euch natürlich bei BVB total anschauen. Unbedingt müsst ihr das tun. Wirklich tolle Tore, tolle Erinnerungen. Ja, Schmelle in der ewigen Tabelle. Können wir Platz 3 erreichen? Es sind nur noch 84 Punkte. Wann geschieht das? Das ist übrigens der HSV. Ja, ich wollte gerade fragen. 84 Punkte. Schmelle, das möchte ich in deiner Karriere noch bitte erleben. Du bist jetzt gerade 21 geworden. So ähnlich. Dann schaffen wir das noch, während ich noch hier bin. Vielleicht kriegen wir es hin. Ja, ich bitte dich eben noch, dieses wunderbare Trikot zu unterschreiben. Das wird nämlich am Ende der Saison verlost. Oder wie machen wir zum, ja genau, zugunsten unserer Stiftung leuchte auf und dann kann es ersteigert werden. Es wird nicht verlost. Wunderbar. Vielen Dank. Schön, dass du hier warst. Ja, ich danke dir mal wieder. Ja, das war's heute von BVB Total und wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen, hoffen wir alle, dass wir 12 Punkte auf dem Konto haben. Danke, Schmelle. Danke, Schmelle. Danke, Schmelle. Vielen Dank.